So, und die Szenenbesetzerinnen. Ähm, hm, 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 hm. Da. Mit den, mit Level 70 plus 18 ist das echt gut. Mal mein Ganter, was ist denn das hier für 1 und plus 16 Sache, aber das ist auch gut. So, jetzt sind wir auch fertig mit denen, jetzt geht's erst mal wieder nach oben. Ja, folgt mir nur alle, ist mir recht, soll mir recht sein. Äh, das soll mir nicht recht sein, aber egal. Ja, Seelenenergie wird voll, hab ich auch was von. Ey, aber ihr sollt nicht abhauen, das find ich nicht so toll. Aber einmal, aber ich hab wenigstens mal Glück gehabt in der Seelenenergie. Äh, danke. So, wo haben wir denn hier? Äh, bin ich von uns auch über diesen, ähm, Dings hier gelaufen. Und mal noch schön looten, aber wahrscheinlich kriegt er alles ab. Hab ich überhaupt da jetzt ein bisschen was bekommen? Nee. So, dann gehen wir mal, was hat er oder sie? Das ist eine Frau, ne? Fertig. Nochmal mit Paro. Na? Kommst du noch? Wo bist du denn? Ach, da kommt er, ah, okay. Da ist er. Wieder mit Paro. Na dann, Paro. Oh, wo bin ich denn jetzt hingerannt? So. Spring. Spring, 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 spring. Oh. Shit. Siehst du, ich hab gar nicht an meinen Umhang des Windes gedacht. Verdammt. So ne, so was blödes. Ja, der ist, der ist im Eimer. Den muss ich dann mal schnell reparieren. Ah, okay. Okay. 30 G. Na, kriegt man hin. Wurde auch nicht. So. Das war's. Ähm. Hm. Jo. Die ist gut. Jupp. Jupp. So, dann, wo machen wir denn jetzt? Ach so, ich muss zu Ashleys Auftrag. Müssen wir mal gucken, wo die ist. So, und zwar. Jetzt muss ich mal gucken. Ach, hier muss ich da langweilen. Ich bin noch ein. Idi. Ne? So, ne? So, was schrauben wir denn? Die meisten müssen auch schon gewonnen. halt nur viel Geld. Ja, ähm. Geht Menschen wie den Leuten. Das ist halt, äh, durch unsere blöde Gesellschaft, ne? Oh, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich... Ach! Hier sind wir gleich. Ähm. Quest-geber. haben wir... hier... Und? Ashle, genau. Ich muss jetzt... nen Deku... machen. Ich muss jetzt nen Deku machen. So, okay, na dann. Äh, da sind wir schon wieder bei dem. Ey, da hat man doch vor uns... Na, super, ja. Naja, mein Gott, was soll's. Was tut man nicht alles? Was... Oh, denn seine Mana ist aber auch weit runter? Egal, macht nix. Macht nix. Ich wisst. So, weil ich den Hauptquest gibt's bei mir erst dann vermutlich mal ab Level 49 hier die Zeitreise. Genau, ähm. Ich erst wieder ab Level 49 machen. Ah, Rengmuskel. 49 machen. Punkt. So, was folgt da Schönes? So. Äh, wo willst du denn hin? Batman. Warum ist er Batman? Gut, ich hab Batman nie geguckt. So, fertig. Wo muss man denn jetzt hin? Ach, da. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Gut, ich bin eh nicht so der Comic-Freund. So, aber dann muss ich auch... Uch, mein Akku vom Telefon ist gleich schon wieder leer. So was. So, nach dem, ähm, ähm, Dauer-Quest muss ich dann leider auch schon wieder aufhören. Da ich erstens morgen ziemlich früh raus muss. Da ich nämlich morgen früh schon um fünf aufstehen muss. Ne. Wann nur? Ne, um vier. Ich hab ja... Uuuh, ja. Um vier muss ich morgen aufstehen. Deswegen kann ich halt nicht allzu lange Ja, ist Batman. Na dann!